Es erfolgt erneut eine Durchsage und eine Information der Berliner Polizei. Die Baumarkt-Galeries werden losgebrochen. Bis auf weitere, ich wiederhole, die Baumarkt-Nage hier vor Ort an der Eichkeits-Galerie werden sofort abgebrochen. Ja, für die, die es gerade nicht mitgekriegt haben, die Bauarbeiten werden hier abgebrochen, der Kran fährt ein. Ja, genau. Aber gut, das ist ein bisschen mehr. Ja, das ist gar nicht. Ja, ja, das ist geil. 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 Ja, genau. Aber genau so war jetzt auch viel. Nein, nein, da fehlt noch. Ist da gar keine großen, ne? Bei der Räumung in der, in der, äh, in Kreuzberg und bei der Blockade der Transräumung, da waren wir mehr als 400 Euro. Aber so 10.000 sind das dann nicht so? Nein, nein. Aber manche Teams werden dann später noch aufgehoben, oder? Ja, gut, ja, klar. Ja, schon. Also ein paar Tausend kommen da manchmal schon zusammen. Ja, das hat einen Multiplikator-Effekt, oder? Ja, und dann wird das auch oft ein paar Wirklichkeiten. Und das wissen wir dann gar nicht mehr. Wer zuguckt, alles geht einmal um den Globus. Und das ist auch wichtig bei so einem Ereignis. Wenn unser Bürgermeister, der angetreten ist, der Bürgermeister Oberfuzzi der Kultur hier irgendwie, Kultur kaputt macht ohne Hände. Ja, ja. Ja, willkommen zurück hier bei StreamBeam von Global Chain supported by Castor TV. Ja, hier werden die Bauarbeiten eingestellt. Wie wir gerade gehört haben, die Polizei hat das durchgesagt. Äh, es war ein Urhang hier versägen. Und die anderthalische Brau-Segmente auszubrechen, das ging dran. Wir freuen noch, bei YouTube werden so die eine Schnitt. Ja, ich hab auch festgestellt heute hier, wir haben eine Zwei-Presse-Klasse. Zwei-Klassen-Presse. Ich hab auch Drei-Klasse. Und die Leute wollen mich hier vor Ort kommen. Ich hoffe, dass die Medien das auch entsprechend durchschauen. Ja, die Polizei hat sich noch nicht, also sie hat sich zurückgezogen, abgezogen ist die Polizei noch nicht, sie hat sich nur zurückgezogen ist im Moment nur noch da an der Mauerlücke präsent, also an dem Schaden, die an diesem Kunstwerk verursacht wurden. Ja, ich meine, das muss man sich mal überlegen, der Bürgermeister hier in Berlin ist angetreten als Oberkulturschaffender und was er alles machen will für die Kultur, weil jetzt schreiben wir es Februar 2013, Tachele ist weg, hier wird an der Eastside Gallery rumgeknabbert, das ist unser Bürgermeister für Kultur, da muss dann eben die Kultur für das Ehen oder andere Investment weichen hier in Berlin. Das ist doch traurig, wenn du so eine politische Führung hast oder politische Leute, die sich für sowas wesentlich ist, überhaupt gar nicht beantwortet. Wir haben zuerst in den Vorfeld schon den meisten Parteien ja schon verkackt, die waren nicht, die waren ja damals schon mitbekommen, aber es geht ja schon trotzdem. Aber selbst die, ich habe den Fotos geschickt in der Piratenpartei, das ist keine Reaktion. Ja, aber wo haben die denn eine Piratenfahne rumgehalten? Ja, wollten sie einfach nicht so mit ihrer Fahne hier rumrennen oder so? Na ja, eben. Hatte man ja machen. Ja, einerseits heißt, wo sind die Parteien geblieben, die Piraten? Und wenn sie dann kommen, die Piraten, dann kommen die Piraten und dann kommen die Piraten und dann kommen die Piraten und dann kommen die Piraten. Dann heißt es, nö, jetzt kommen wir für den Wahlkampf oder so. Ah, nee, nee, das glaube ich nicht. Ist doch okay, dass die waren hier ohne Fahnen, die haben ein Video gedreht, die sind die ganze Zeit laufen hier rum. Der vorne ist ein Aufkleber. Ja, ich finde, der vorne ist ein Aufkleber. Ja, ja. Aber ich finde, man sollte sich schon positionieren, egal ob man Wahlkampf hat oder nicht. Da finde ich da, wie gesagt, der hat oben ein Foto jetzt hingeschickt zur Piratenpartei, um keine Rückantwort zu kommen und so. Ja, dann warten wir mal ab. Ja, hier in Berlin ist einiges am Gange. Das Djam ist auch immer wieder von Schließung gedroht. Auch die Kirche von unten auch immer wieder in Bedrängnis, in Not. Ja, solidarisiert euch mit diesen vielen kleinen, aber feinen Projekten hier in Berlin. Die Zeitgalerie ist aber kein kleines, feines Projekt. Das ist schon eher eine Kunstausstellung von Weltbedeutung. Und wie man sieht, hat man hier den Engel, der neben dem Brandenburger Tor stand, einfach herausgetrennt. Und wie viele Zuschauer? Gibt es etwa 200, 250 teilweise. Ich war vorhin nicht hin oder nur. Da hab ich ja jetzt komisch her. Hi. Hi. Alles Gute im Moment? Wer vom Teufel spricht? Wo sind die Piraten? Irgendein Piraten heute noch kommen. Ja, keiner da. Cosmic ist da. Ja, ja. Ich hab auch gesagt, der war die ganze Zeit da. Olli wollte hier sein heute Morgen. Aber die haben sich wahrscheinlich beschwert, weil die Piraten ohne Fahne heute hier sind. Ja, das ist doch immer das, was gewünscht ist. Wenn wir mit Fahne kommen, heißt es, ihr macht Partei. Wenn wir ohne Fahne kommen, heißt es, wo sind die Piraten? Wieso kommen die Piraten nicht? Ich mach dann immer den Kompromiss. Im Moment ist das meine einzige Jacke und dann ist es einfach jetzt hier. Das ist dann einfach mein Kleidungsstück. So, ich guck mal, ob ich jemanden finde. Danke, dass ihr filmt und streamt, oder? Ja, CastorTV. Gut. Einfach auf Castor.tv. Castortv.de Castortv.de Hey Cosmic. Kannst du auch hier, guck mal. Hier vorne ist er doch. Na, da vorne wären sie jetzt wieder ein bisschen ruppig. Musst er mal ganz rasch hin, wa? Das geht ja so gar nicht. Ey! Seid frei! Vier Pollen auf Heien. Was ist denn das? Oh, wo ist die Falle nicht auf lige? Ey! Die Attraschisiak! Wir sind der Trierstund. Sch idle! Wuuuuh! Wuuuuh! Wir machen doch mal ausleiten, in der Stadt Neckir. Ihr seid geheilt, wa? Schick mich oben. Schön dreimal noch heute hin. Hammer! Scheiße! Echt? Ja, gar nicht. Schiff, hei! Schiff, hei! Schiff, hei! Schiff, hei! Er hat mir geschickt. Neuer Gelder. So was könnt ihr euch kümmern, aber im Freistaat hineinkommt. Die Wahl hat neben mir gestanden. Ja, tut gut, genau. Klara! Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da?